PUSH PUSH Flügel, Flügel Naja, egal So, jetzt nochmal so Das ist die Claudine Nochmal Hey Du Sack Nochmal So, Bänder Dings da Auch schöne Schuhe Mach der Mann schon deinen Rock ey Oh Mann So ein Überunterrock Ja Ja So Scheiße Süße Shirt Ne, so ne AKP-Rote Da unten sind ihr Schläppchen Und jetzt kommen halt diese Musters Das macht drei verschiedene Muster So leuchten und so Er drückt richtig Und ähm Der Sack hat auch einen Modus Und zwar Man kann ihn so zusammenklappen Achtung Er zurück So Ja, so sieht das so aus Das ist ein Lack Irgendwie mal Ja Kleine Haare gucken raus, das können wir gleich nochmal machen eigentlich Und das kann man auch hier drehen Und das macht jetzt der kleine Spiel Dreh Ja Hast den Kopf gehört so Ja Ja Oh fuck you Okay Tja Ob die zu wiederverwerten ist? Ne, wie heißt das? Wiederzuverwerten Aber es war Spaß Wiederverwerten Okay Wiederherzuwerten Einfach wiederzuspielen Als Frau Ja War nicht gut, ne? Hey Hey Wir zeigen euch jetzt das Auto von Operetta Aus der Serie 2012 Ja Ja Hier ist die Verpackung Den Nagel Show Operetta Oh Oh Du bist pervers Hier sind die neuen Autos von Abby Claudine Und Laguna Leicht pervers Achso Hier ist Operetta natürlich Hör mal auf Hier Wir haben die Haare von der Operetta neu gemacht So Aufgekämpft Irgendwie so Wennste Seite so Also nur komische Prä Nee so Dann Sekunde Ja Okay Ich bekomme gleich Okay Bis gleich Ciao Wir sollen runter Wir haben 5 Aufnahmen gemacht Und jetzt die erste die ganz okay ist Und deswegen dein scheiß Handy So Ja Mach Pause Blablabla Strich 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 Komma Und dann Umarmen Boah du stinkst voll nach Döner Halt noch Hä? Oh Oh das stinkt auch Hallo Du hast die mal voll angesprüht ey Ja sorry ey Boah das stinkt jetzt noch mehr Dönergemisch mit Axt ey Boah Wart mal Und jetzt kickt er Und wie weit Und wo Boah Schlägerei auf dem Feld Ja Aua Prozent 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 Jumel-Tor, aber ich pisse nicht gleich voll, ey. Und? Freistoß. Achso. Nein! Nochmal! Ja! Ja! Mir sieht das eigentlich von hinten aus. Du bist hohl! Oha, guck mal! Genau wie dein Kopf! Schlauch mal! Ja!